Mit Live Unternehmer Podcast. Dies ist kein Hero-Podcast. Wir diskutieren über echtes Unternehmertum ohne Superkräfte und fragen nach, was es braucht, um die Welt zu retten. Oder zumindest, was es braucht für eine fantastische B2B-Software und Zeit für das Leben. Die täglichen Herausforderungen für Unternehmer, die mitten im Leben stehen. Im heutigen Podcast geht es um Mitarbeiter finden. Einstellen und vielleicht gehen off-boarden. Aber Valentin, ich habe ein paar Fragen an dich heute. Ich habe festgestellt, in meinen erfahrenen Jahren als Unternehmer, dass du extreme Schwierigkeiten hast, mit CTOs zu finden oder Entwickler zu finden, Marketingleiter oder Marketing-Mitarbeiter zu finden. Das ist nicht einfach. Wir haben gemerkt, dass es ein Lead-Management-Prozess ist, bei diesen Mitarbeitern fast sehr, sehr ähnlich zu Kunden finden. Jetzt, was siehst du als grosses Problem bei Mitarbeitern finden, bezüglich vor allem Entwicklern? Geht man da von Upwork und sucht sich da die besten Leads raus und gut ist es gewesen? Oder was hast du da für eine Schwierigkeit festgestellt? Das Problem ist, dass du keinen CTO findest, du findest keinen Developer, du suchst ständig einen Developer oder du bist am Wachsen und brauchst Spezialisten. Oder du suchst in Lead-Gen-Sachen viele Marketing-Experten, meistens solche, die mehrere verschiedene Skills haben, die dann irgendwie nicht PPC und Growth-Hacking können. Und du wirst, was der Unterschied zwischen Lead-Generierung und Lead-Nurturing ist. Oder bei Developers ein Product kann, noch ein bisschen UX versteht und nicht nur Backend-Sachen. Und die finden wir dann alle nicht wie Sanna mehr, weil die, die wirklich gut sind, haben schon einen Job, sind in einem Start-up oder sind selbstständig. Und die anderen, die willst du nicht unbedingt, die sich dann immer bewerben oder nicht bleiben können. Und ich glaube, das gilt auch noch als Abgrenzung für die Leute, die einen kreativen Job haben, die an einem Desktop arbeiten. Und ich glaube, Sales-Leute habe ich immer anders gefunden, oder das ist das Einfache gewesen, weil da hat man teilweise andere Incentive gehabt. Dann ist es sicher auch die Herausforderung oft gewesen, dass die Leute dir wieder immer kündigen und ständig mehr Geld wollen, dass alle zwei Monate kommen und irgendeine Lohnerhöhung wollen, sagen, ich gebe dir ein besseres Offer. Und das auch, wenn es vielleicht noch unterschiedlich ist, wie du dich entwickelst als Firma, wenn du eine ganz kleine Firma bist, vielleicht unter 20 Mitarbeiter, hast du vielleicht immer mehr wie Missionare, Leute, die alle Leute für verschiedene Rollen ausfüllen können und weniger spezialisiert sind. Und wenn man dann grösser wird, zwischen 20, 100, 200, werden sie immer spezialisierter und wollen dann vielleicht gar nicht immer alle Tasks machen, sondern immer nur genau einen Prozessabschnitt, wo sie darin gut sind. Dann ist natürlich das Number One Problem, wenn du Leute rekrutierst, du hast keinen Brand, niemand kennt dich, du hast nicht das grosses Logo, du kannst nicht die beste Lohn zahlen, es gibt dann immer eine Swisscom oder Google oder eine Microsoft, die immer ein besseres Offer hat und wo die Leute lieber wollen zu sein. Also du kannst dich nicht so differenzieren, als du sagst, du komm zu mir und es ist der Beste, du bist meistens die Unbekannte. Und dann brauchst du eben nicht nur Monkeys, sondern du brauchst ja Missionare und nicht einfach nur Söldner, die sagen, gib mir die Aufgabe und ich renne und mache nur das. Und du brauchst dich auch mitdenken, die oft noch ein Playbook schreiben können, oder noch keinem vorgeschrieben, noch Blueprints haben oder auch nicht wirklich ihre bestehende Tools und Prozesse hineinvergeben und einfach können exekuten, sondern wo das mit dir erarbeitet und ein bisschen selbstständig arbeitet. Und dann ist es auch immer die Herausforderung, wenn du die Leute anstellen möchtest, möchtest du erfahrene Leute oder möchtest du so motivierte Leute, die hungrig sind, oder weisst du, da müssen sie viel Industry-Know-how haben, oder müssen sie vor allem mehr Know-how haben von deiner Technologie oder deinem Produkt. Also möchtest du junge, motivierte Leute, die dafür noch keine Erfahrung haben, oder alte, oder erfahrer dich, die schon bei grossen Logos gearbeitet haben, die ein super CV haben, die fünf Jahre bei Google gewesen sind, fünf Jahre bei Microsoft und dann drei Jahre noch Konsulten und die kommen jetzt und lüten dich ein und die lösen alle Probleme. Oder jemand, der halt von der Uni kommt, ein Jahr oder zwei Jahre irgendwie einem Start-up mitgeholfen hat und jetzt noch alles hacky macht oder so und das umsetzt. Und dann ist eigentlich auch die mit der Frage, oder kommen die existierenden Teams hinein, die sie übernehmen müssen, oder können sie das Team selber bauen oder sind sie dann allein und müssen halt alles sauber machen oder vielleicht mal einen Freelancer reinholen und dann auch wie kannst du das leisten oder auch nicht. Das sind so die Herausforderungen, die du typischerweise hast, wenn du vor dem Problem stehst, ich habe Aufgaben oder ein leeres Awakens und ich muss jetzt jemanden reinfüllen. Wenn ich das versuche, zum Zusammenfassen, es gibt die Symptome, die Leute kündigen dir, wollen ständig mehr Geld und wenn du aber nicht Google heisst und extrem viel Geld hast und einen riesen Brand und irgendwo auch einen Seinbeitrag, der sich dann lohnt zum wieder arbeiten, was wahrscheinlich in diesem Midmarket die Regel ist, dann brauchst du gute, flexible Warriors, Missionäre, die halt einfach vor allem deine, ich sage jetzt mal wahrscheinlich lauft deine Passion und vor allem auch den Differentiator von deiner Firma, von deinem Produkt so ein bisschen als Ziel, als Wertematch gesehen. Liege ich da richtig, also geht die Lösung, dass du trotzdem die tollen Leute findest in dieser Errichtung oder vor allem auch der Punkt noch, ja, wie hole ich denn die, geht es denn um Recruiting-Agenturen oder wie würdest du da vorgehen, um trotzdem die Leute zu finden, weil die Änderung kann ja nicht sein, ja gut, dann nimmst du einfach die Schlechten. Ja, das ist sicher nicht so, ja. Ich glaube, das ist so, die Leute, warum sie dann bei dir anfangen zu arbeiten, sind genau die zwei Sachen, die du sagst. Du kannst, wenn du nicht mit Geld oder mit grossen Logos abheben oder die Überzeuge dann kannst du eigentlich nur durch deine Werte und deine Passion, dass du für etwas stehst, dass du andere Leute führst, ihnen mehr Möglichkeiten gibt, ihnen mehr Wertschätzung gibt, wenn du für das Richtige da bist, oder du möchtest die Welt verbessern oder etwas Cooles machen und nicht irgendwie langweilig oder die Leute zwingen und so ein bisschen ich habe immer den Vergleich gemacht, obwohl man muss einen Stempel-Ur-Job haben oder so, das ist immer wie gesagt, wenn ich nicht nur mit dem zu stempeln, dann muss ich einen anderen Job suchen. Das hat sich jetzt geändert, jetzt muss ich mir so ein Excel ausfüllen. Anyway, ich glaube, warum sie überhaupt überzeugt ist, dass sie überhaupt mal zu dir reinkommen, wie sie den Funnel hineinbringt und da vergleichen wir eigentlich, ich glaube, der grosse Unterschied ist von klassischem, wie man einen Job versucht oder wie wir das eben machen, ist, wir machen eigentlich einen Job oder Recruiting wie Lead-Generierung. Das heisst, wir haben wie Top-of-Funnel, Middle-of-Funnel, Bot-of-Funnel und vorne mit Top-of-Funnel so ein aktives Recruiting, wenn wir dort machen, wo wir die Leute suchen gehen und sie uns reinschuffeln. Wie das dir eigentlich alle die Recruiter und HR-Agenturen verkaufen, wo ich aber keine gute Erfahrung gemacht habe. Ich bin der Meinung, man soll das selber machen, es ist auch nicht so schwierig und vor allem machen wir es auch in der Neu-Way, wie man heute online auch Leads in der Neu-Way findet. Und wie geht jetzt das, oder? Wichtig ist, dass man nicht nur die Leute findet, die einen Job suchen, obwohl sehr viele, man sagt, bis 20% von den Leuten sind einmal auf Jobportalen und viele Leute in einem Job wechseln, aber man will die auch machen, dass sie gar nicht so viele Gedanken machen oder vor allem gar nicht an dich denken und gar nicht dein Jobprofil, weil du vielleicht eine spezielle Rolle hast. Und dann kann man auch auf LinkedIn suchen nach einem richtigen Profil, der mir der Meinung ist, du, diese Person fehlt mir, oder? Und wie wir in den anderen Podcasts immer von diesem Ideal-Customer-Profile gesprochen haben, kann man da ein bisschen von einem Ideal-Job-Candidat- Profile reden oder dem IJC und dann eigentlich hingehen und sagen, gut, der würde eigentlich passen oder die Art von Leuten und dann geht man die anschreiben und das kann man dann auch standardisiert machen und mehrere anschreiben. Man kann theoretisch auch Tools nehmen, wie z.B. Interceller. Wir haben auch mal einen Assistant genommen und gesagt, kommst du mit den Login rüber und schreibst die alle regelmässig an, als Founder oder als Gründer und sagst, hey, ich habe dein Profil gesehen. Ich habe das Gefühl, das wäre ein Mega-Match. Und es würde mich mega interessieren, ob ich dich interessieren oder ob ich dich eine Rolle geben kann, die dir Spass machen. Und wenn die Person, die meistens geantwortet hat, die Realität hat fast, man hat wirklich eine höhe Conversion Rate für so ein First Call oder First Meeting hat, dann fühlt man sich geschmeichelt. Es ist cool, jemand will, es interessiert mich. Es ist auch wichtig, dass man der Gründer ist, der anschreibt und nicht irgendjemand. Dann finden sie entweder wirklich Interesse daran oder sie kennen zum Beispiel jemanden, der vielleicht auch an dem Interesse haben könnte. Und so kann man relativ schnell effizient viele Leute in einen Funnel drücken, wo man das Gefühl hat, der hat der erste Check bestanden. Und nachher, was auch noch ein zweiter Punkt ist, vor allem auch, sobald man zwei, drei Leute hat und mit mit mir dann schafft oder als Freelancerin, dass man das dann leveraged, dass man auch sagt, hey, alle Mitarbeiter, wenn ich noch Kollegen habe, die ich schon mal zusammen gearbeitet habe oder Kolleginnen und irgendwo mal gewesen sind, dann fragen Sie sich, wenn es Ihnen gefällt. Dann kann man eine Prämie vergeben, Geld geben, aber niemand macht das wegen Geld. Und wir realistisch sind. Die Leute holen einen anderen, weil sie das Q finden, da, weil sie hinter dem stehen, was du machst, eben wiederum deine Values oder deine Passion, dass sie die Leute reinholen, und nicht wegen Geld. Das funktioniert dann auch sehr gut, wenn man mal eine gewisse Gruppe hat, die gut reinpasst. Und dann geht es ja darum, dass man einen Prozess hat, um das zu managen, dass es dann auch vorwärts geht. Also der Top-of-Funnel ist möglichst viele Leute reinholen, und nach dem Middle-of-Funnel ist, wie kriege ich das jetzt durch, dass ich mich nicht in dem Chaos verliere, von einer Inbox, wo ich keine Übersicht habe, ich nicht weiss, wer mich noch geschrieben habe, und dass man auch nicht ewig Zeit verplempern. Recruiting ist ein mega wichtiger Teil, der braucht mega viel Zeit, aber man kann das effizient machen. Und in der Realität ist es nutzt ein Tool, immer. Wenn man kein Tool nutzt, ist es Chaosbauern. Und da gibt es relativ einfache, günstige Tools. Wir haben jetzt viel Workable genutzt, und es gibt Breezy, HR oder Join.com. Und der Sinn ist eigentlich einfach, dass man einen simple Prozess von den Leuten reinbekommen, sich bewerben kann, dass wahrscheinlich schon die Careers oder Jobpage, das Formular, das die Leute ausfüllen können, dass das auch von diesem Tool kommt. Und da kann man auch schon ein paar Standardfragen haben. Wir haben jetzt immer sehr international rekrutiert, dann ist es viel um Aufenthaltsbewilligung gegangen und so Sachen. Oder dass man dann gerade, heute ist es ein bisschen einfacher nach Corona, aber dass man Skype, LinkedIn, 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 all diese Sachen gibt. Und dann nutzt man das, dann macht man einen Funnel, dass man die Leute mal reinholt, dann will man first screenen, dann kann man die Leute auch wieder absagen, schnell, weil es ist ja oft so, wenn man sich bewirbt und dann der Bewerber nichts mehr gehört, sechs Monate lang, ist das auch wieder schlecht für dich, der bewirbt sich dann vielleicht nicht mehr. Also man sollte wie so ein Funnel haben, die Leute kommen rein, ich mache relativ schnell mal so first screenen, ob es auch ein Match ist, ob es sich stimmen würde. Und dann eigentlich einige Leute in so einen ersten Call reinnehmen. Und der erste Call geht 15 Minuten, immer. Es ist nicht einmal 15 Minuten mal ein Meeting, erst ist ein Call, auch wenn er neben deinem Büro wohnt oder gegenüber ist, weil du willst das effizient haben. Und in den 15 Minuten machst du einen Skype Call, einen Zoom Call oder whatever dein Tool ist. Und dort habe ich immer gemacht, ich habe fünf Minuten von der Firma vorgestellt, was ich mache, was wir machen, warum wir Leute suchen, was wir anders sind. Und dann auch noch im Sinne von, wie der Prozess wird ablaufen. Und dann hat der Kandidat 15 Minuten reden, warum er einen Job sucht, ob er es einfach ausgefüllt hat, ob er es langweilig war, ob er das Gefühl hat, ich habe das gelesen, es hat mich mega mitgenommen, mega interessiert. Und dann in der Realität ist jetzt auch als Startup relativ schnell die Erwartungen abholen, ob es auch finanziell überhaupt ein Match. Das ist zwar gerade jetzt nicht so schweizerisch und da sind die Leute auch immer so perplexer, ja wie, ich weiss nicht, aber grundsätzlich bringt es nichts, wenn einer 180'000 Franken verdient, dann tust du eine TSM Rollen für 70'000. Dann ist es einfach kein Match nie. Oder wenn einer zwei Hypotheken hat und eine grosse Familie wo er mitfinanzieren muss und du bist ein Early State Startup wo er nicht gefunden ist, ist das wahrscheinlich einfach ein Stretch oder wo er nicht realistisch ist und da wird man keine Zeit vergeuden, auch gegenseitig nicht. Das hat sich sehr gelohnt. Und dann tut man die Leute überholen in den zweiten Schritt wo man das Gefühl hat, doch die Expectation kommt es, dass ich gematcht, es geht ja schon darum. Hat die Leute aber einen Termin überhaupt gefunden mit effizienten Matching, ist er pünktlich gekommen, haben sie es geschafft Kameraden anzustellen. Das ist auch schon ein riesen Wert. Und dann hat es einem das Wichtigste und mir ist das Wichtigste. Und wenn man das nicht hingekriegt hat, dann hat man gewusst, ich muss nicht weiter die Zeit verplempern. Und dann habe ich dann auch all die Calls, die ersten Calls wie einen Tag gemacht, nicht jeden Tag drei, weil das dann auch wieder den Halbtag raubt, sondern so ein Tag ist der Recruiting Day. Und dann haben wir eine zweite Call ist dann eine Stunde gegangen, wo man die Rolle genau erklärt hat. Was heisst das? Weil ein Rollenprofil Titel heisst ja dann gerade in kleineren Firmen und nennen nicht genau, was drin steht, was nimmt es für Tools die wir nutzen, wie erwarte ich zu arbeiten. Und dann kann man den anderen, der Kandidat kann dann auch, der Kandidat kann dann auch, der Kandidat kann dann auch gut Feedback geben anhand von seiner Positionen oder Erfahrungen, wie er das gesehen hat. Und dann merkt man schon, ist es ein Dialog oder habe ich einfach einen Monolog gehalten, eine Stunde. Und in dem Idealfall ist es dann, hat man wieder eine Stunde investiert. Und wahrscheinlich kann man sagen, wenn man zehn erste Calls macht, hätte ich jetzt so drei Leute in einen zweiten Call reingekollt, vielleicht noch vier, aber nicht nur zwei. Und dann von diesem zweiten Call, wenn man immer noch das Gefühl hat nach dem Call, hey, ja, das ist ein Match, das fängt, hat man ein drittes Meeting oder einen Workshop, das hat man in der digital oder auch face-to-face können machen, abgemacht, die eine Woche länger geht, vielleicht 90 Minuten bis zu zwei Stunden und die Vorbereitung braucht vom Kandidaten. Und dann haben wir eine Art der Testaufgabe gegeben. Das ist jetzt vor allem auch bei den Marketingrollen oder Rollen, die man nicht gerade oder Entwickler hat, man hat eine Testaufgabe gebraucht, wo man etwas coden kann oder wo man einen bestehenden Code oder so schon gesehen hat oder einen Code analysieren bei den Marketingleuten oder bei kreativen Leuten oder so. Die haben dann irgendetwas vorbereiten und Aufgaben haben. Zum Beispiel machen einen Kampagnenplan zum perspektivischen Thema oder wie würdest du jetzt eine coole Serie von LinkedIn-Posts bauen oder wie würdest den Recruiting-Prozess noch spannender machen. Und dann können Sie das präsentieren, formatfrei, und dann kann man halt schauen, wenn Sie eine Slideshow oder Talk wie tief wie viel Zeit aufwenden, ob es etwas ist, was Sie eine Viertelstunde vorher schnell zusammen geschlitzt haben oder ob Sie jetzt einen Tag lang rein investiert haben. Und dann kann man sich das präsentieren. Und bei einem Workshop hätte ich dann auch schon eine zweite Meinung hinein geholt. Bis dahin hätte ich das allein gemacht, wenn du einen Co-Founder hast oder eine andere Person die nachher dort mitschaft, dass die dann auch Feedback gibt. Und dann ist das eigentlich die Präsentation oder der Workshop ist eine Präsentation von dieser Vorarbeit und der Diskussion. Und dann merkt man auch, wie reagiert es auf Kritik, wie ist es der Gedankengang gewesen, ist das Ganze ein bisschen fundiert oder ist das einfach heisse Luft produziert worden. Und wenn man dann immer noch ein gutes Gefühl hat, dann habe ich immer noch einen letzten Check gemacht mit einem Team, der dann entweder bei den Developers war das wie ein Gruppencall war, wo man eine halbe Stunde einen Call macht und man ein bisschen redet. Und dann geht es nicht mehr um das Skillset vom Technischen her, sondern geht es nur darum, ist die Chemistry da, funktioniert das, wenn man mit dieser Person nach einem Call sitzt, wenn man mit einer Person spricht oder nicht. Und dort hatte ich immer die Regeln, die teilgenommen haben, das Veto-Recht hatte. Die konnten nach dem Call sagen, nein, der kommt nicht und dann hat man ihn nicht gehirrt. Weil in der Realität war das immer eine einstimmige Entscheidung. Es war immer entweder alle nicht wählen oder sie nicht wählen oder alle fanden, doch das ist okay. Es ist nicht so, dass die neuner wenn und einer sagt, ich gebe mein Veto. Das habe ich nie erlebt. Aber dann hat man zumindest auch den Buy-In, dass alle dabei gewesen sind, dass niemand versucht, die Mongos nicht zu heiraten, die das nicht kommen sollten. Und auch, dass man nicht immer sagen kann, dass man da wieder irgendjemanden hingestellt hat, der mir nicht passt, sondern dass man den Buy-In hat, in ein Gruppengefühl. das Entscheidende steht auch, dass man dann eben, dass wir 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 dann wirklich auch eine Aufgabe gestellt haben, dass wir sagen, hey, ich erwarte, dass du, bevor du anfängst, ein Investment machst. Aus der Logik heraus, anfangen zu arbeiten, man spricht dann Monate, die Jahre miteinander zusammen, wenn dann jemand sagt, ich habe keinen halben Tag für einen Test Case, dann ist es wahrscheinlich auch kein Match. Oder wie dann ein Super-Developer sagt, ich mache keinen Test Case mehr, dann muss man sagen, ja, entweder kann ich schlussend ein Code ansehen, oder schlussend auch kein Match. Weil ich bin nicht, ich habe der Brand nicht, aber ich brauche Leute, die alle dort durchmünden und das irgendwie erreichen, dass man auch das Gemeinsamkeitsgefühl hat. Und dann hat es auch welche gesagt, das mache ich nicht. Dann hat es gesagt, fair enough, dann ist das halt nicht dein Arbeitsplatz. Das ist wie, wenn man Schauspieler oder einen Film will und sagt, ich mache keine Castings, dann ist es vielleicht kein Match und bei anderen funktioniert das. Und das funktioniert auch relativ gut. Ich habe bis zu 20 Mitarbeiter, dass wir dann ein bisschen allein die Gruppe hat, die gemeinsam ein Ziel hat, die auf den Werten basierend ist, die die Passion für das Thema hat und nicht einfach da ist, weil man einen Job braucht. Also das sind jetzt extrem viele Infos gewesen. Ich möchte das kurz zusammenfassen und habe noch eine Frage dazu. Also, was ich spannend finde, ist, du sagst am Anfang, hey, es braucht eigentlich keine Rutschbahn und der Google Brand, um die top Leute zu finden. Zum einen ist es der strukturierte Prozess vom Recruiting, wo auch ganz klar aufgezeigt hat, wo die Firma hingeht, wie die Kultur und die Values sind. Da musst du nachher noch ein bisschen tiefer gehen. Wenn jetzt eben genau du sagst, hey, und der fängt jetzt auch zu arbeiten, der ist jetzt Post-Hiring, das ist spannend. Aber zum Zusammenfassen der erste Teil, also du sagst, es geht um aktives Recruiting, du gehst raus, du nimmst etwas wie Interseller, wo man auch für Lead-Management braucht. Und das wende du auch an auf deinen Recruiting-Prozess. Also, du versuchst da wirklich als Founder rauszugehen und zum Teil delegieren, aber wirklich mit deinem Profil die richtigen Leute zu finden. Und dann sagst du aber auch, es muss extrem transparent sein, wo die Leute stehen, wie sie weitergehen. Und dann vergleichst du es mit einem Funnel, also das heisst eben im Top vom Funnel, im oberen Teil, gehst du hin, um halt mal die Leute reinzuholen, mit direkt anschreiben. In der Mitte gehst du ganz klar an und sagst, okay, 15 Minuten kennenlernen kann. Klar, die Expectations gegenseitig abholen. Eine Stunde Deep Dive und dann sind wir schon langsam bei einer Shortlist, bei einer Auswahl von diesen Mitarbeitern, wo du sagst, okay, jetzt haben wir noch mal einen Workshop, wo er etwas präsentiert, wenn er schon mal einen Test-Case oder etwas gemacht hat. Und dann das letzte Veto, mit dem Team, wo man es extrem ernst nehmen sollte, dass halt einfach die Mitarbeiter auch zufrieden sind, wenn der kommt. Und eben, du hast gesagt, es passiert selten, wenn es auch passiert, dann ist es wahrscheinlich ein sehr klares Signal. Und dann jetzt, spannend, jetzt geht es darum, okay, der hat unterschrieben, man fängt an zu arbeiten und da geht es ja auch noch mal darum, dass du einen klaren Differentiator hast, dass du die Rutspanne vielleicht nicht hast und nicht den Google-Lohn und Brand. Und jetzt geht es weiter mit dem Onboarding. Kannst du da noch darauf eingehen? Es ist ja dann nicht so, dass bei dir die Onboarding-Prozesse schon meistens mega gut sind und der Mitarbeiter 15 Videos kann schauen, wie er vom CEO und alles erklärt ist und alle Prozesse, deine Tools abgelegt hat. Meistens ist es so, hey, cool, hast du angefangen, dann hast du ein Notebook oder hast du vielleicht noch ein Halber mitgebracht, sitz mal da hin, lern sie mal kennen. Und meiste auch, weil ja die bestehende Organisation so klein ist und sie jetzt jemanden können hirern, hat sie die Zeit gar nicht gehabt, sich das zu überlegen. Und ich glaube, das ist ein Fehler, den ich auch schon die Berhersin mal gemacht habe und inzwischen versuche besser zu machen, dass man wirklich auch mehr überproportional viel Zeit rein investiert. Man hat noch keinen Seych-Arm, man hat noch niemanden, der für das bereit ist. Man sagt, okay, wenn die Person anfängt, muss entweder ich mir wirklich den Kalender freischuffeln und die Zeit nehmen für das Onboarding oder noch besser, was sich bewährt hat bei mir, ist ein Primer-Schreiber. Ich nenne das Primer, ich habe es kapiert, wie ich einmal gearbeitet habe. Es ist auch ein Dokument, ein Google Doc oder ein Slideshow oder für die Developer, wo alles drin steht, wo man zum Beispiel die ersten 1-4 Wochen gelernt haben muss. Wie funktioniert die Firma, was für Meetings hat man, wo findet man welche Informationen, was sind die Grundprinzipien, wo die Entscheidung gemacht wird, wenn man ein Produkt hat, das Produkt relativ umfangreich erklärt, wenn man Tools nutzt, wo sind die Tools, welche Nutzen finde ich dort, wann muss ich was machen. Und das wirklich alles drin schreibt, das ist vielleicht ein 10-20-seitiges Dokument mit Screenshots und Sachen drin. Und das Entscheidende ist eigentlich, der Primer, kommt immer der Ownership über den neuesten Mitarbeiter, der beginnt zu arbeiten. Und vielleicht hat man einen Primer für die ganze Firma am Anfang und dann mit der Zeit für jede Abteilung an einem Primer. Aber wenn der Mitarbeiter am Anfang arbeitet, hat er den Primer, schafft er den durch, liess alles, probier mal durchzuklicken und dann verbessere alles, was nicht mehr stimmt, kommt schon als Ownership über und mach es so, wo du zum Beispiel angestanden bist, wenn es ein neues Tool hat oder es ist nicht so erklärt, dass man es verstanden hat, wenn es herausgefunden hat, verbessere ich es so wird, dass es ein lebendiges Dokument, wo immer besser wird. Man hat aber wie eine Betriebsanleitung, so eine Onboarding, Getting Started Anleitung und dass man die ein bisschen umfangreicher macht, weil für die bestehenden Leute, gerade in einer kleinen Firma ist immer alles klar, logischerweise, und für die Neuen ist nichts klar. Und dann kann man das Teil immer noch einfacher erklären und wenn man es nicht gerade am Anfang macht, dann hat man den ersten Eindruck dann nicht mehr und dann wird es auch nicht mehr gemacht, weil dann ist man wieder busy und angestrengt. Das heisst, die ersten zwei Wochen hat man Zeit, das Dokument durchzuarbeiten und es auch verbessern. Es ist also, wenn man am Anfang nicht viel Zeit investiert in die neue Mitarbeiter, logischerweise, das wissen alle in der Theorie, dann wird es auch lange relativ chaotisch rausgekommen und ab und zu hat man dann den Super Genius Kyra, der einfach selbstständig ist, der alles versteht, aber meistens muss man den Leuten schon ein bisschen helfen und sie wollen ja nichts falsch machen und nichts brechen, also ist man immer viel zu vorsichtig. Und nachher ist es auch, wenn der Primer mal die Phase durch ist, dann kann man ein System haben, vor Beilassen und dann ist es normal, wie man Leute führt, aber dann ist es auch, weil man die Leute ja weiterbilden will und es noch keine HR-Abteilung gibt, die grosse Weiterbildungskurse macht und Budgets hat und alles, sondern wenn man sagt, ja, die, die wirklich wollen, die kommen dann schon. Das kann man ein bisschen fördern, auch in kleineren Firmen, in denen man zum Beispiel Udemy oder Coursera Accounts hat und das promotet, dass jemand etwas Neues lernen kann, neue Skills lernen kann und man einfach Zeit alloziiert auf das, dass es vielleicht 50-50 ist, wenn man sagt, wenn jemand das will, dass man einen Kurs macht, oder bei Developers zum Beispiel an eine Konferenz gehen, die sie interessiert. Wir hatten immer so den Deal gehabt, dass es für die einzelnen Rollen Sinn machen muss. Wenn man einen Yoga-Kurs macht, wenn man Entwickler ist, dann kann man das in der Prezine machen. Aber wenn man in irgendeine Entwicklungskonferenz geht, von dem Framework oder von etwas Ähnlichem, was man arbeitet, dann ist das ein Mehrwert für alle. Und dann kann man sich die Kosten übernehmen, zum grössten Teil nicht komplett, weil die Leute sich nicht mehr spüren. Aber wenn sie zurückkommen, eine kleine Präsentation machen und so das Wissen teilen, dann ist es ein Contract, dass man gegenseitig nur Ferien ist. Das hat sich auch sehr bewährt. Und dann auch Struktur reinbringt, so monthly all-hands meeting. Und dort auch die Verantwortungen die Leute gibt. Auch bei Momos können von ihren Departments erzählen, dass man eine gewisse Transparenz reinbringt. Unternehmer haben eine Tendenz, vor allem wenn es nicht mehr so gut läuft oder eine schwierige Phase ist, in Transparenz zu werden. Das ist die schlechte Reaktion. Man sollte immer noch mehr Transparenz bringen und erklären, dass es schwierig ist. Und vielleicht wie die Differenz zwischen Revenue und Cost Base ist. Oder warum eine gewisse Veränderung machen. Und so kauft man wieder Loyalität, was seine Werte übereinstimmen und die Leute wieder loyaler halten. Sonst reagieren die Leute in Angst reagieren, wenn mehr Geld befördert werden. Sonst irrationale Sachen. Aber so können sie wieder sagen, okay, das macht Sinn. Und wenn sie teilnehmen all-hands-medien präsentieren oder eigene Initiativen anstossen, dann können sie sich auch wieder weiterentwickeln und die Organisation weiterentwickeln. Also dass es wirklich ein gemeinsames Miteinander ist. Dass man nicht einfach nur sagt, ich teache euch und so läuft es und dann müssen alle Ja sagen. Und der letzte Teil ist auch, wenn es für das Offboarding kommt, wenn jemand gekündigt hat, oder anders geht, oder du eine andere Rolle haben und das nicht vorhanden ist in der Firma und die nicht erfinden, was es auch nicht solltet, dann glaube ich ist zwei Sachen wichtig, dass man das auch super macht, dass es genauso einfach ist eine Firma zu verlassen, wie sie sich anstellen lassen. Weil man sieht die Leute zweimal. Das ist mir oft passiert, gerade wieder in eine start-up oder gründet etwas anderes, man will wieder jemand hirren und wenn es einfach war die Organisation zu verlassen und das mega easy sauber gegangen ist, dann kommt man auch wieder oder empfiehlt auch wieder. Jeder der gegangen ist, kann auch ein Advocate sein. Oder eben auch nicht. Das will verhindern. Es geht immer um guten Solange. Nicht immer, aber wenn das geht, dass man das kann, dass man nicht schlechte Gefühle weiterentwickelt und sich Lebensplan ändert, auch wenn es selten ein günstiger Moment die Mitarbeiter gehen. Und dass man im Idealfall noch die Übergabe gut managen kann. Das ist im Start-up auch nicht so Corporate mässig jemand schützt, die Hand schützt, und die werden freig gestellt. Die sollten etwas leisten oder mitbringen. Und wenn man das gut machen ist das meistens nicht immer so eine tragische Experience. Und das tiefe Fluktuation hat. Es hat immer eine gewisse Fluktuation aber wenn es einem gelingt dass die Leute lang bleiben und sich weiterentwickeln will und so ein Wissen weitergeben ist das mega viel wert. Bei Entwicklern ist es so nach sechs Monaten werden produktiv oder wenn man Product Manager hat die brauchen Jahre bis sie das Produkt verstanden haben ownen und weiterentwickeln nach drei Monaten hat man Scrum Methodology gelernt aber nicht ins Produkt oder sogar nicht aus einer Unternehmerperspektive Man hat ein Team das agil ist und sich mit der Firma mit entwickeln vor allem immer wenn es schwierig ist oder wenn ein Downturn kommt oder es nicht so läuft oder vielleicht wie im ersten Podcast besprochen Leute entlassen dann sind die loyal und versuchen daran zu arbeiten besser zu werden und man kommt eine höhere Qualität von Leuten als man E-Klasse einstellen was man nie sollte sondern man kommt E-Klasse rüber weil man das fehlende Logo Branding und Geld durch ein gutes Team und Passion mitvermitteln und dass die Leute Freude haben dort zu arbeiten Ich glaube das ist ein Resultat das lohnt sich die Zeit zu investieren Du sagst dass ein phasengrechts Onboarding extrem relevant ist das verstehe ich das heisst du hast einen extremen Rhythmus eine hohe Geschwindigkeit rein um wirklich rüber zu gehen in eine Struktur in eine Repetition was halt da auch immer passiert und das finde ich auch cool du hast das Mittel vom Primer erwähnt dass du ein Dokument hast ein Living Dokument wo dann plötzlich der Owner wechselt sobald er da oder die Person anfängt mit dem fängt die Person an festzulegen was sind die Meetings was sind die Strukturen wie ist der Rhythmus was sind die Deliverables was sind KPIs das finde ich cool dass das auch als Dokument genommen wird um sich durchzuführen und dass das immer besser wird weiterbildung hast du gesagt und schlussendlich ja ich glaube eine transparente klare vorgehensweise ich glaube du kannst nicht genug betonen dass der Prozess oder die Struktur die drin ist und entsprechend auch die Leitplanken festgelegt sind dass die extrem wichtig sind als vergleich zu was in einer anderen Firma überkommt und dann hast du das Offboarding genannt ja und ich glaube das Fazit zusammen du siehst Leute immer zweimal und entsprechend willst du verhindern dass das schlecht über dich geredet wird und dass das nachher in die Auge schauen kannst gegenseitig aber wenn wir schon bei gegenseitigen Augen schauen sind weisst das persönliche Learning kannst du das noch ganz kurz zusammenfassen was ist wirklich wichtig wenn man den ganzen Prozess anschaut von Leute finden anstellen wieder gehen lassen was hast du persönlich mitgenommen ich denke dass Recruiting halt ein strukturierter kontinuierlicher Prozess ist es ist nicht etwas was einmal im Jahr machst und dann hast das ist das du immer wieder dranbleiben musst nicht jede Woche Recruiting Calls haben aber du sollst immer einen klaren Prozess haben immer wieder bewusst sein wenn du Interaktionen mit anderen Leuten das ist Recruiting und du kannst ein Feuer entflammen deine Werte rüberbringen und in jedem Meeting mit deinen Mitarbeitern Werbung machen dass sie andere bringen alle haben schon mal studiert und gearbeitet und haben Connections zu guten Leuten die wissen wer die guten sind und dass das als Prozess sexy ist und die Tools bereit hast für dich und die Transparenz dass du hey jetzt muss ich wieder Leute hiren in diesem Bereich hiren in dem Bereich und dann fällt das einfacher das ist das Key Ding dass man jede Woche Zeit alloziiert und jede Woche bewusst macht es ist nicht einem Tag im Monat wenn ich völlig überfordert bin dann muss ich Leute hiren jetzt muss ich einen LinkedIn Post oder ein Profil schreiben sondern es ist so hey ich jede Woche einen halben Tag oder Tag und je grösser wird desto wichtiger wird als Gründer und Unternehmer dass du Recruiting machst also am Schluss ist das dein einziger skalierbarer Weg wie du kannst eine Organisation wachsen in der du gute Leute hirest weil irgendwann hiren dir selber Leute und wenn du nie Zeit investiert dann sollen sie wissen wer hirren dann hirren sie irgendwer und dann hast eine Organisation wo es irgendwann bestellt und das zweite ist auch dass du nur mit Leuten arbeitest die wirklich arbeiten es gibt immer den Moment wo unbedingt jemand brauchst genau jetzt der skill und die Qualifikation und die Person und entweder findest niemand niemand bewirbt sich oder die 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 bewerbte ist so ein ungefähre match aber eigentlich bist du nicht so sicher hast ein schlechtes Bauchgefühl und das Gefühl doch alles kann alles sein wie mega gut wird perfekt ausgesehen aber ist halt jetzt einfach nicht ganz kulturelle wert jetzt machen wir es trotzdem das kommt nie gut dann mach nochmal eine schlaufe nochmal drei männer lang viermal lieber die mitarbeiter anders strukturieren und sagen ich kann die Aufgabe anders verteilen oder warten bis ich diese Person gefunden habe wenn eine falsche Person hire ist das ist ein gift das ist toxisch Idiot angestellt hat kann dir sagen wie schlecht das wurde für die Organisation und ich weiss wie schwierig es ist man ist unter Druck man will jetzt das man hat den Pain oder den Kunde oder kann das Feature nicht release und das gebe ich nach nicht man muss stark bleiben weil die andere Person kommt dann schon und es tut den Rest gesund halten man will nicht den Befall haben falschen Werte ich gibt den Shopping Test den ich immer gefunden habe wenn du posten am samstig fährst in freizide fährst dann in dein hinkaufshause da ist ein Migros in der schweiz und dann siehste das auto von dem neuen mitarbeiter steht dann hast drei optionen dann ich glaube ich die Person nicht sehen ganz klares zeichen oder gange fahren oder nicht ist auch okay oder sagst hey cool jetzt gehe ich nach suchen und sagen cool ich kann mir noch etwas erzählen und er noch erzählen und es sollte immer das Letzte sein man sollte sich freuen darauf man sollte sich freuen dass man am Sonntag ins Büro geht und die Person da ist oder einem schnell anruft und etwas neues mitteilen das sind die Mitarbeiter die Kraft die weiter bringen die schwierige Zeiten durchgehen und die nicht immer mehr Geld oder interne politische kämpfe anfangen es ist auch der Schritt wenn man 20 Mitarbeiter wächst vielleicht 15 vielleicht 25 aber es so um die 20 wächst und dann erst die Teamleader braucht und vielleicht noch Bereichsleiter das unterschätzt alle die noch nie gemacht das ist ein riesen Schritt weil dann auch als Gründer bist nicht mehr eine Familie sondern eine Organisation und es ist dann auch viel mehr ein Job und man hat nicht mehr alle sind wie Kumbaya die die Hand heben und basisdemokratisch organisiert oder wissen was machen und alle haben immer das erste Mal machen ja ist klar das ist einfach wieder neue leute das geht auch gut das ist ein riesen change weil dann eben andere leute rekrutieren dass man das nicht unterscheidet und dann im onboarding ist so bringe jemandem Fischer bei und nicht einfach Fisch geben also wenn man es immer schnell macht für die Person und nicht akzeptiert dass es anders gemacht wie man es selber vorgestellt hat dann kann man eskalieren weil die leute exekuten was du vorgekauert hast aber sie es gar nicht besser machen das heisst wenn man investiert dass man das ziel erreichen das sind so die prinzipien wie ich das ziel erreichen aber jeder ist ein bisschen freier dran aber dafür muss mehr ausbildung oder ins onboarding investieren das erlaubt dann die organisation skalieren später und eben dass man konsistent ist mit seinen eigenen Werten dass man nicht eine andere Rolle spielt weil man in der Firma ist man spielt vielleicht schon gewisse Rolle weil man hat etwas zu repräsentieren Unternehmer und Gründer und man ist nicht die beste Buddies mit allen weil du musst eine Firma bringen und schwierige Entscheidungen machen aber man kann nicht sagen ich bin privat jemand der mega hedonistisch lebt Ferrari fährt Heliski macht und in der Firma versucht der sparsame Sparfuchs wo es niemandem etwas gönnen spielen das ist einfach nicht konsistent und das kommt immer raus und die Leute wollen nicht mehr mit dir ist man darf sein wie man will aber man soll die Leute so hiren dass sie ähnlich sind dass man das konsistent und authentisch mitbringen